Nö, ihr seid beide noch da. Ihr habt beide noch eine Aufgabe. Ja, aber guck mal in den anderen Welten. Irgendwo müsste doch noch eine Welt fertig sein. Nö, nö. Ist noch kein Häkchen. Ist er echt so langsam? Ist er langsamer als ich? Oder in den anderen Welten ist noch gar keine Aufgabe gemacht. Aber bei mir ist gleich was fertig. Jetzt musst du dann töte den schlechter. Wieso ist er denn jetzt mitgekommen? Wieso macht er denn jetzt nicht seine Quests weiter? Weiß nicht, hat deine angenommen. Was muss er denn machen? Tötet Glutschrecken. Oh. Gegen dem oberkrassen Loot was hier droppt, oder was? Vielleicht. Ist der Loot gewesen? Ach, nicht wirklich. Kannst, äh, annehmen. Erneut Ristra. Ist schon. Oh, ein Speicherpunkt. Mal sehen, was habe ich jetzt hier drin. Also grüne Gegenstände kriege ich mal wieder nicht. Töte mich hier, boah. Ich habe gerade Milchbrötchen gelesen. Was ist mit mir los? Töte Milch, Burbi. Oder so. Schulterpanzer des Skelettkönigs. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Ich lasse es mit mir los. ein bisschen wurde richtig zurückgeportet das hatte ich vorhin hat sich alleine da unterwegs war ich plötzlich da und dann war ich wieder da ja das liegt am blizzard server ich habe gestern übrigens ausprobiert in der solo sitzung offline zu spielen ohne rausgeschmissen zu werden es wurde halt wirklich stand halt wirklich im chat du warst du hast die verbindung zum server verloren ja bist nun aus dem spiel gegangen oder sowas okay ist das für eine kacke kann man das nicht offline spielen was diablo ja nein diablo ist nur über internet möglich ist doch kacke ich habe mich schon gefreut wenn ich dann im älter das geht nur mit diablo 2 ab diablo 3 haben sie nachher angefangen alles über server laufen zu lassen doch so diablo 2 kann man offline zocken ob dafür weiß ich bei diablo 2 nicht ob man das noch im multiplayer laufen lassen können auch dafür noch server da sind aber gucken vielleicht gibt es wollten diablo 4 diablo 2 habe ich ja hier liegen ich nicht das gab es gratis zum diablo 3 bei mir ach so aus dem bundel geholt ja und ich war sogar eine sonderedition ich habe diablo's kopf hier und der seelenstein in seinem kopf ist nur usb-stick auf dem diablo 2 mit code drauf ist wenn du willst kannst du gleich mit kommt zu mal da wegen eventuellen blut aber du bist doch gar nicht da will ich ach so doch du bist in westmark dann müsstest du jetzt einmal annehmen das problem ist aber er darf mich nicht einmal berühren ja dann ach wie wir sind hier bestimmt zu ja wir sind zu dritt das sollte kein problem so ich glaube nicht solltest du am besten ein bisschen weg gehen weil jetzt kommt die zweite form jetzt vorsichtig wegen zweiter form versuchst du ihn gleich zu stunden ok ich konnte ein bisschen millionen schaden machen ja das macht sich um 22 31 wirklich scheiße ich bin fertig ich kehre in die stadt zurück ich bin in die stadt so finde das portal zu den archiven das siehst du ich muss noch alleine dings machen allein im z portal allein im portal ja ich auch aber meins ist stufe 1 war glaube ich stufe 30 20 oh ja meins ist stufe 40 habe ich echt keine lust drauf ich habe auch keine lust drauf weil ich nur gerade so durch komme aber nur mit meiner fähigkeit und wenn ich denn in der falle sitze weil zu viele gegner und ich die nicht alle treffen könnte dann bin ich erledigt hat er jetzt fertig seine dings ich gucke gerade nach ja er hat jetzt fertig jetzt ist nur noch act 3 und act 5 übrig ja 5 bin ich gleich soweit das kuhlevel ist immer noch offen kannst ja gucken vielleicht fünf drinnen noch was naja da wollen ja keine gegenstände mehr maximal kühe die mich töten würden werden vielleicht noch mal da kannst du probieren ob du gegen kühe auf ok das ist stufe 10 wir sind auf 10 wenn wir auf einer stufe werden auf 4 oder so hätte ich es probiert aber was musst du denn jetzt noch so alles machen für eine season quest ich kann ja bloß bis season 4 sehen und da muss ich halt einmal qual 4 ein großes nephalien portal schaffen ach so dann habe ich season quest 4 durch dann ist die erste saison reise durch die erste saison reise ja wenn ich die vierte oder die dritte ja die vierte etappe ach so von der ersten reise gibt nur eine reise ja du hast gesagt du hast danach eine andere stufe von der reise angefangen angefangen ja aber eine andere etappe sozusagen ja danach kommt noch schlechter und jetzt da wo ich jetzt bin ist champion ja genau die kann ich ja noch gar nicht sehen weil ich ja noch nicht mal etappe vier fertig haben doch wir müssen die infernalen maschinen nochmal fertig machen bei dir noch nicht noch sehe ich sie nicht ja aber die könnten wir schon gleich fertig machen das wird ja dann gleich schon gespeichert wenn ich wüsste ob ich das schaffe würde ich ja jetzt probieren so ein portal zu machen kannst ja probieren hier in 4 zu öffnen muss ich ja wieder rausgehen nee du kannst du hier drinnen bleiben nee ich muss das ja wenn denn im solo schaffen ach ja stimmt außerdem sind die gegner hier ja dreifach so stark nein du kannst ja das portal einstellen stimmt aber trotzdem ich muss das ja im solo schaffen steht ja extra dazu ich bin jetzt extra hergekommen weil ihr bounties macht ja die die kannst du dir noch fix holen abnehmen dann wenn wir schon dabei sind jetzt steht er nur rum wäre der andere ja bleibt er gerade vielleicht geht er gleich ne ne er hat irgendwen getötet aber immer noch in diesem akt ne laut karte ist er hier laut chat tötet er gerade irgendeinen gegner und laut karte ist er hier vielleicht bin ich das auch ne das ist er ich geh mal zu deinem haus ja du hast ja auch schon 3 fertig ah jetzt hat sich die karte aktualisiert oh ich trottel das war ich selber das gesicht ne er ist schon in der 3 hat dort aber 1 fertig gerade soll bei den befestigten schutz bauen ne du hast ein ereignis beendet jetzt brauchst du nur noch eins das ist jetzt soll wer die bedrohliche höhle ja du bist irgendwie schneller als er was komisch ist weil er halbe paragon halbe paragon stufe über mir genau ja weil er das doppelte über mir ist würdest du mir mal den spaß geben und einfach mal rechte maustaste auf seinen namen und mal gucken was er so für eine ausrüstung hat aus der sunbokus hä wie was jetzt auf profil ansehen ja genau bei ihm und dann sag mir mal was er so für eine rüstung trägt woran sehe ich das klick auf inspirieren ach da oh was hat er denn hier sunbukongs gleichgewicht uraltes set ach du auch noch so uralten dinge davon ach uralte hat es auch noch und dann ist er trotzdem langsamer ihm fehlt nur der kopf das ist so greensblick das ist richtig ja aber wenn er den kopf noch dazu hätte hätte er auch noch den dritten effekt so hat er bloß vier ne er hat alle ich habe auch alle doch doch er hat er hat ja im würfel königlichen punkt des königlichen ja gut auf den würfel habe ich jetzt nicht geachtet sondern erstmal nur auf das andere hier dann hat er noch winters stolz der ring hat ja den effekt dass du ein setteil oder zwei setteile weniger brauchst um alle setboni zu bekommen ich weiß zurückhaltung fokus eine faust war ich habe frost waffe gelesen zwei faust waffen sogar ausgerüstet kioshi russ klinge und rachsüchtige wände ja dann die gröbsten stiefel ja die habe ich auch ja dann nochmal sagen wir kommen hose dann kioshi russ seele als gürtel ja habe ich auch warum hat er denn von seiner aufladung verloren komisch ja dann den rest hast du ja schon gesagt aber warum auch er so lange dafür das ist mein letzter hier ja dann gehen wir schon mal in die stadt von mir ich bin doch schon da achso er hat jetzt schon den zweiten grad fertig laut karte ist er wohl gerade auf dem weg zum nächsten ich bin fertig ja ja öffnen das bekommen wir weniger aus den kisten bekommst du bücher noch draus momentan nicht die sachen sind schwer ja ich verstehe das nicht ich brauche nämlich das buch um um königliche dinge herzustellen da ja makkellose königliche aber ich bekomm es nicht das ist glaube ich glücksabhängig weil ich muss nämlich noch das für äh diesen quiz machen achso das ist das problem aber ich bekomme das buch einfach nicht ich bekomme einfach nicht die das die sethose noch die mir noch fehlt hast du denn irgendwas vom set doppelt bisher ja aber ich habe keine materialien mehr was fehlt dir denn oder ne warte ich glaube durch diese durch diese durch die baumtisch müsstest du das eigentlich bekommen haben ne es könnte sein dass mir jetzt noch Teil 3 fehlt also wo er gerade ist ich bin ja auch gerade da ne sehe ich ja gerade nicht so mal gucken ich habe zwei legendäre sachen ja aber bei set sachen umwandeln ne ja weiß ich ach schade kein flechtring ja toll zweimal denselben ring reif des wahnsinns ja dem komme ich auch ständig auch nicht wirklich ne ich auch nicht der ist müll der ring hoch annehmen bitte ok was er will nicht ach hast du gar nicht angenommen ich ja aber eher nicht ja ne ist in ordnung aber für dich ist denn da vielleicht noch hier der ein oder andere rubin drin wirklich auch wenn ich schon makellose königliche rubine habe naja aber plus 2 und atem des todes hat ein sei das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht ich nehme alles mit was hier liegt es ist dann offen das hast du ja schon jay drei rubine waren dabei ich kehre in die stadt zurück aber mehr rubine habe ich nicht und ich habe auch fast ich habe auch ganz viele von meinen anderen edelstein umgewandelt damit ich überhaupt so viele rubine hatte für diese königlichen dinge um meinen schaden meinen angriff zu erhöhen so 50 gegner habe ich schon besiegt jetzt fehlt nur noch töte garan warum er ist weiß nicht da hinten in den sechiron da wo man den würfel bekommt in den ruin genau ich wollte das ausprobieren wo ist denn das ding hier genau da die schulterpanzer die muss ich umwandeln in eine hose set gegen stellen genau es war doch die hose ne bevor ich was falsch mache ja beine und wieder nur das amulett wir fehlen vergessene seelen das ist das problem mal schauen habe ich irgendeinen legendären kram den ich gerade nicht brauche der weg kann kannst du abholen alles fertig ok vielleicht habe ich hier ein gegenstand drin den ich ich habe ich habe ein legendäres buch was gewinnt ein legendären dolch alter das kann doch nicht sein jetzt lassen mich die gegner schon wieder nicht zurück hier man ist das anstrengend alter was ist denn das das ist ein lustiger effekt geht doch mal alle weg ihr pissigen kack gegner man wenn ich den effekt richtig verstehe würde ich ja alles one hit momentan wie hier steht drin eure kritische treffer chance gegen gegner mit vollem leben beträgt hundert prozent ja du kritisch dann halt immer ja und meine kritische vollem leben ja das heißt ich brauche so einmal angreifende sind da haben sie ja noch volles leben bevor ich beim ersten schlag quasi ja dann haben sie volles leben dann kritisch du dann haben sie vielleicht noch ein drittel gibt die möglichkeit dass sinnvolle teile aus den juwelensprüchen oder irgendwas uraltes dabei ist ja du 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 ich habe halt nur eine sache bekommen die ich dem schmied nur geben kann ok immer noch nichts für die steinolle dass ich mir königliche sachen erstellen kann recht kacke so jetzt habe ich wieder ein paar versuche doch kann ich ich war nur auf der falschen soll wenn ich entfosten hast du mich los glück für beine fast es sieht fast aus wie beinahe sind füße so jetzt kann ich jetzt kann ich königliche herstellen und dann stelle ich makellos königliche ich kann wieder nichts weiter probieren dann kann ich das ja in nun sie sind auch machen ich bin so ein fasten ich kann das nicht weitermachen keine legendären sache so das portal abschließende von m portal stufe 40 abschließen und edelstein auf 35 das mache ich heute nacht noch doch man das für drei ja ich krieg mein zettteil einfach nicht nö kam nicht raus was fehlt dir denn noch beine ich habe jetzt dreimal ich habe jetzt dreimal wieder umgewandelt kam immer ein anderes teil raus wo es sind ja auch insgesamt sechs teile so ich gebe jetzt ganze sechs milliarder millionen aus ja gut das sind sieben teile sogar insgesamtes set kann eigentlich noch mehr ausgeben aber ich habe keine legendären items mehr nicht abgeben können jetzt gebe ich schon wieder acht millionen aus jetzt gebe ich drei millionen aus alter ist ja teuer junge 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 und einmal muss ich es noch machen drei brauche ich davon noch moment doch also ja das ist ja nicht ich So, dann habe ich das auch fertig. Yay. Sehr gut. Oh, dann mache ich das nachher erstmal in Non-Season auch. Ich bin so ein Pfosten. Da steht halt die ganze Zeit die Steine, die man herstellen kann. Ja. So, und man muss auf alle klicken, dann sieht man die Königlichen. Und das habe ich schon längst. Ja, du musst, dann hast du wahrscheinlich andere vorher machen müssen. Nee, ich hätte die ganze Zeit nur einfach aufklicken müssen, die, die ich herstellen kann, statt die, die... Also, nicht die, die ich herstellen kann, sondern auf alle. Ich konnte das die ganze Zeit schon herstellen. Ach, Mann. Na gut, aber dann habe ich das auch fertig. So, dann muss ich das Chatportal machen, das mache ich nachher. Hast du den Spruch denn jetzt bei mir, Willi? Wie viel Schaden mache ich jetzt? Das war, äh, 300, 700, äh, 300, 96.000. Wow, ich habe jetzt einen einzigen Versuch. Ah, hier war noch Blutsplitter, glaube ich. Die habe ich auch schon ausgegeben. Die kann ich hinsehen. Da, schon wieder nicht. Ach, du wandelst die ganze Zeit um. Der geht ja nicht anders. Blutsplitter habe ich ja auch schon ausgegeben. Kann auch nicht raus. Ah, 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 ah. Ich dreh durch. Wie lange spielen wir jetzt Diablo, wann habe ich mir das geholt, weißt du das noch? Vor zwei Wochen? Ich glaube vor zwei Wochen, ne? Ungefähr, ja. Ja. Äh, ich glaube ich hätte da was für dich. Ja, ich hätte da was für dich. Mal stehen. Da musst du nur Geschicklichkeit runternehmen. Und dann? Den müsstest du dann tragen. Aber ich habe doch schon eine Zurückhaltung. Ach so, okay. Ach ja, gut. Ja, gut, dann mache ich ihn kaputt. Und den Ringfokus brauchst du noch. Ja, aber den habe ich nicht. Leider auch nicht. Würde ich ihn dir geben. Ach doch, ich habe ihn doch. Also, ich kann ihn dir geben. Okay. Ich bin hier oben, weil ich gerade gesehen habe, dass ich auf meinem Ding, auf meiner Zurückhaltung auch Geschick drauf habe. Das brauche ich ja nicht, ich brauche eher Stärke. Der muss so von dem Fokusring das auch unternehmen. So, dann brauchst du noch Akkans Talisman. Da gucke ich mal, ob ich das noch habe. Stärke, genau. Akkans Talisman, Akkans Talisman. Foki. Wo haben wir denn... Da oben Geschick? Ganz Talisman. Ich glaube, er will infernale Maschinen machen. Ach, ich habe eh kein Material mehr, um da Geschick draufzupacken. Was fehlt dir noch? Oh, vergessene Seelen und Atem des Todes. Das ist alles, alle. Alles, alle? Ja. Nee, macht mal was. Ja, nehme ich an, klar. Was wollen wir das jetzt? Ach, tatsächlich. Ich auch, obwohl ich noch gar nicht so weit war. Mit dem Einstellen. Dann siehst du, dann hast du die auch gleich fertig. Weil die brauchst du ja auch. Ja, da, Champion. Oh, bei mir stand vier von zehn sind da abgeschlossen. So, dann machen wir gleich den nächsten. Oder was was legendäres, das will ich nicht nehmen. Ach so, das ist dieses Ding, was man einsammelt. So, bei dem Ring muss ich auf jeden Fall noch... ...den Stein rausnehmen und in den anderen Ring reinpacken. Ja, er macht wirklich den nächsten. Annehm. Ich komm doch, ich fall doch all den Stein rausnehmen. Ja, kannst du gleich noch machen. Sind ja nur die vier Portale. Das nächste fertig, oder hatten wir das schon mal? Hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, hatten wir. Bei mir ist nichts aufgetaucht, diesmal. Wieso nicht? Ich muss... Weil wir das schon... Du hast kein Loot bekommen? Loot, ja, aber ich meine das andere, diesen Erfolg. Ach so, das hatten wir schon. Bitte schön. Kann ich nicht aufheben. Ist gebunden. Lass es da verrotten. Es ist gebunden. Da kann ich nix viel. So, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja. Hatten wir nicht eigentlich alle? Nee, zwei hatten wir noch nicht. Also einen nur noch. Aua. Aua, der tut da weh. Also fast. Da, der erst was zu gehen hat. Ja, ne. Steht da jetzt... Was steht da jetzt? Sechs von, oder fünf von? Ach, Mist, konnte ich jetzt nicht lesen. Ich kann ja... Ich kann ja nicht reingucken. Ich muss jetzt aufhören. Ich bin ja noch nicht so weit. Auf dem Niveau. Ich hab's aber wenigstens geschafft. Mein Ring. Hier waren wir aber auch schon drin heute. Ja, dann hatten wir schon alle Fett. Oh, wann hält das mal auf hier mit dem Loot? Oh Gott, gleich mehrere Fäulnis-Dinger bekommen. So, ich will gerade mal gucken. Ich würde auch so gerne gucken, was mir noch fehlt, aber ich kann nicht...